Die Krankenversicherung gehört zu den Pflichtversicherungen in Deutschland. Das heißt, jeder muss eine Krankenversicherung haben. Man hat allerdings die Wahl zwischen der privaten Krankenversicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung. Zumindest wenn man im Jahr 2016 über 56.250 Euro verdient, dann kann man auch in die private Krankenversicherung gehen. Der Vorteil hier, man bekommt insgesamt einen besseren Service und es werden auch mehr Leistungen übernommen. Vor allem in Gegenden, wo es jetzt kein Ärzte-Über-Angebot gibt, bekommt man auch schneller einen Termin beim Facharzt. Allerdings ist der Wechsel zurück in die GKV, also die gesetzliche Krankenkasse, schwierig. Und im Alter steigen dann auch die Gebühren stark an. Während man in jungen Jahren, also in den 20er, 30er Jahren, eher sich günstig versichert über die private Krankenversicherung, wird es dann im Alter teurer und bei einer privaten Krankenversicherung müssen alle Familienmitglieder einzeln versichert werden. Also man muss auch eine Versicherung für Kinder abschließen. Bei der gesetzlichen Krankenversicherung hingegen reicht es, wenn einer in der Familie, man muss verheiratet sein, gesetzlich versichert ist, dann sind alle Kinder und auch der Ehepartner mit abgedeckt. Was natürlich ein großer Vorteil ist und sich daher vor allem auch eignet, wenn es nur einen Verdiener in der Familie gibt. Das heißt, die Bedeiträge sind günstiger, vor allem bei niedrigen Einkommen. Man zahlt nämlich nicht, wie bei der privaten, einfach je nach Alter oder nach Tarif, sondern man zahlt nach Einkommen, wovon der Arbeitgeber auch noch einen Teil übernimmt. Dafür ist man aber auch vor Bedeitrag, Steigerung im Alter gefeit. Und insgesamt ist das gesetzliche Krankenversicherungssystem effizienter. Also oft wird für eine gleiche Leistung im gesetzlichen System weniger abgerechnet, da der Kunde ist eine gesetzliche Krankenversicherung, die stärker verhandeln kann. Und die privaten Krankenversicherungen finanzieren so ein bisschen das gesamte deutsche Gesundheitssystem, da viele Ärzte ohne die Privatpatienten nicht überleben könnten oder zumindest keine Gewinne machen könnten. Das ist also eine schwierige Entscheidung. Dazu kommt auch noch, dass es sein kann, dass irgendwann die private Krankenversicherung abgeschafft wird und dann würden alle wieder zurück in die gesetzliche gehen müssen. Das heißt, wenn man jetzt dann jung ist, könnte man daraus spekulieren und da Geld sparen und man kommt später eh in die gesetzliche wieder rein. Generell würde ich aber sagen, wenn man zum Beispiel Double Income No Kid ist, da macht eine private Krankenversicherung auf jeden Fall Sinn, da man ja kein Kinderextra versichern muss und beide haben Einkommen, da kann man also Geld sparen. Während hingegen, wenn nur einer in der Familie arbeitet und die Frau oder der Mann sich um die zwei, drei Kinder kümmert, dann ist eine gesetzliche Krankenversicherung besser. Man sollte sich die Entscheidung aber gut überlegen, denn der Wechsel zurück von der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung ist sehr schwierig. Da muss man dann irgendwie ein Jahr unter diesen 56.000 Euro verdienen und das irgendwie hindeichseln. Das ist nicht einfach gemacht, zu Recht. Und auch kann man natürlich die Geldbeträge, die man bei einer privaten Krankenversicherung spart, kann man anlegen und davon dann auch später die Beitragssteigerung im Alter bezahlen. Da hängt es auch immer ein bisschen vom Anbieter ab. Ich würde zum Beispiel bei einer privaten Krankenversicherung nicht einen super günstigen nehmen, weil das dann eher im Alter sehr, sehr teuer wird. Da sind eher auch etablierte Namen wie die Allianz Krankenversicherung, die schon eher einen realistischen Preis am Anfang haben, eher besser. Was man auch noch wissen muss, bei einer privaten Krankenversicherung kann man innerhalb eines Tarifs wechseln bei einem Anbieter. Gerade wenn man sehr alte Verträge hat, werden die oft teuer. Da viele andere alte Leute dort in diesen Verträgen drin sind, da kann es sehr viel Geld sparen, wenn man zu einem neueren Tarif wechselt. Zu einem anderen Anbieter zu wechseln bei einer privaten Krankenversicherung ist hingegen sehr schwierig und nicht empfehlenswert, da man in jungen Jahren sogenannte Altersrückstellungen aufgebaut hat. Oft zahlt man dort deutlich mehr ein in jungen Jahren, als man an Gesundheitskosten verursacht. Von diesen Altersrückstellungen kann die Krankenversicherung dann später seine Gesundheitskosten im Alter bezahlen und kann das Geld auch anlegen. Und die verliert man, wenn man den Anbieter wechselt. Deswegen der Tipp, eher einen Tarifwechsel anpeilen als einen Anbieterwechsel. Und auch kommt es ein bisschen darauf an, wo man wohnt. Zum Beispiel in München gibt es so ein gutes Ärzteangebot, dass man eigentlich auch als gesetzlich Versicherter eine sehr, sehr gute Leistung bekommt. Und überall schnell Termine bei Fachärzten. Das kann in anderen Gegenden anders aussehen. Da kann sich dann wirklich auch von der Leistung her doppelt Lohn, privat versichert zu sein. Als Faustregel kann man sagen, wenn man in der Familie nur ein Einkommen hat, aber zwei Kinder und ein Partner, dann ist gesetzlich besser. Wenn man aber zwei Einkommen hat und null oder nur ein Kind, dann ist eine private Krankenversicherung besser und günstiger. In der Beschreibung findet ihr auch nochmal einen Vergleich von privaten Krankenversicherungen, wo es dann günstige Angebote gibt. Schaut da nochmal rein oder auch hier rechts oben verlinkt zum privaten Krankenversicherungsvergleich auf Invest Research. Aber auch bei gesetzlichen Krankenversicherungen kann man sparen, wenn auch der Unterschied dort geringer ist. Aber auch bei gesetz fürInnen und bei Morten-!!!!!!!! an Birthday